Es geht los, Leute. Ich werde mir jetzt die Haare glätten als 100k Special. In den Haaren befindet sich schon der Hitzeschutz. Jetzt muss ich die Haare aber komplett durchkämmen und mit Locken zu kämmen ist einfach hart. Wie ihr sehen könnt, gehen mir die Haare ungeglättet bis zum Schlüsselbein. Mal schauen, wie lang sie werden, wenn sie geglättet sind. Hast dicke Haare. Locken. Kann man nicht so gut kämmen. Stunden später. Guck mal, ihr seht die Klauze. Guck mal, wie ihr aussehen könnt. Kann man so viele Haare paren? Meine Mutter wollte schon immer eine Tochter haben, damit sie ihr die Haare klemmen kann. Jetzt bin ich die Tochter. Danke, wegen euch kann ich endlich mal die Haare... Ich weiß selber noch nicht, wie es aussehen wird. Ich bin so gespannt. Eins, zwei, drei. Ich sehe aus wie eine Frau. Ich sehe einfach aus wie du, Mama. Nein. So sehen die Haare offen aus. Somit fertig war's. So sehe ich aus wie ein 10-jähriges kleines Kind. So sehe ich mit Mittelscheitel aus. So sehe ich mit Dutt aus. Und da kommen auch schon wieder die Locken. Mal gucken, was als nächstes kommt. Danke Mama. Bis zum nächsten Mal.